Hallo, in diesem Video geht es um die Zeitform, die Tempora. Wenn ihr etwas schreiben wollt, dann berichtet ihr vielleicht über die Dinge, die ihr erlebt habt, oder über das, was gerade passiert, oder über etwas, was ihr noch vor euch habt. Diese Handlungen und Geschehen finden in verschiedenen Zeiten statt. In der Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Diese Zeitformen lassen sich auf einen Zeitstrahl festhalten, der von der Gegenwart in die Vergangenheit und in die Zukunft reicht. In der Gegenwart ist es Präsens, in der Vergangenheit das Perfekt, das Präteritum und das Plusquamperfekt und in der Zukunft Futo 1 und Futo 2. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com